Hier zusammen mit Simon Kolb von Jalios beim IOM Summit. Ihr seid auch dieses Jahr Partner bei der Veranstaltung. Vielen Dank dafür. Zunächst erstmal mit welchen Themen wart ihr hier? Also wir sind eigentlich mit dem Thema Digital Workplace hier angetreten. Wir sind ja als Softwarehersteller so eine Plattformlösung da eigentlich auch prädestiniert und waren eben ganz gespannt, wie es hier aussieht, weil wir auch das erste Mal jetzt mit dabei waren. Welche Eindrücke konntest du sammeln und wiederum mitnehmen? Also Eindrücke zum einen, dass hier schon irgendwo so eine Art Community unter den Teilnehmern irgendwie ist. Das zeichnet vielleicht in IOM damit auch irgendwo aus. Zum anderen jetzt wir natürlich als Hersteller sehen da auch natürlich eine starke Präsenz, jetzt was Office 365 und Microsoft anbelangt, was uns aber keine Angst macht, weil wir das auch integrieren. Und ja, ich nehme eigentlich ganz viele Eindrücke mit. Die Location ist toll, ihr habt toll organisiert und ich würde mich sogar aufs nächste Jahr freuen. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für eure Unterstützung. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Bis zum nächsten Mal.